willkommen zurück zu einer neuen folge war for the world wir befinden uns in der neunten mission belmonts pass und ja wir müssen die armee des imperiums davor bewahren belmonts pass zu überqueren denn das hätte fürchterliche folgen die würden damit das imperium stärken und hätten womöglich eine chance gegen uns anzustinken das wissen wir zu verhindern indem wir sie hier abfangen und niemand durchlassen niemand von dem imperium will belmonts pass überqueren wir werden es verhindern did you know that chandos are in fact asexual and reproduce by vomiting up the children wusste ich nicht so wie es gibt das jetzt mal das haben wir eben schon gesehen so also machen wir mal nur drei mal drei hier hin bitte drei 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 so das werden erstmal die ersten räume wir hier noch platz für einen weiteren drei mal drei ja sehr schön wo führt das eigentlich hin irgendwo hier hin da können wir die schon angreifen ja bloß womit ne vielleicht können die auch von da noch kommen nee das glaube ich geht nicht so als erstes brauchen wir noch mal wieder ein paar mehr worker jetzt haben wir genug erst mal so schweinefarm warte mal ich glaube die taverne muss noch größer los baut hin ja ja aber nicht mehr lange mein freund so betten sanctuary so dann würde ich trotzdem ganz gerne hier fünf mal fünf foundry hinbauen damit wir schnell an die fans parts kommen vier mal fünf nicht doof naja wird schon irgendwie hinhauen eins zwei drei whatever so erforscht mal bitte aber ich brauche nämlich kohle wollen wir hier schon mal direkt eine fahrt hinbauen so fahren wir bitte so jetzt sieht es doch bestimmt schon viel viel besser aus oder vielleicht haben wir Avarice und können dann hier vielleicht dann doch schon mal ein paar Fallen aufbauen also also aber Avarice ist ready also Avarice activated you have discovered a gateway you have Äh, noch mehr Kanonen. So, baut mal die Fallen bitte. Und noch mehr Everest. So, das sollte soweit erst mal reichen. So, Leute bauen. Ich kann derweil ja schon mal ein paar Feinden per Zauber-Fall fertig machen. Hm, kommt schon. So, und wir beide brauchen definitiv einen Rampart. Fort Cullis complete. Avarice ready. Avarice activated. Sehr schön. Wird erst mal schön gebaut jetzt. Bombard complete. Das sieht doch schon sehr viel besser aus als vorher. Naja. So, ich muss wieder Everest casten. Sonst habe ich gleich keine Kohle mehr. Äh, Minion, kannst du bitte auchhören da hinzugehen? Was soll denn sowas? Wie Minions haben wir noch? 15. Das ist okay. So, kann ich wieder ein bisschen zaubern hier. Jetzt muss ich aber erst mal auf meinen Mana warten. Das ist nicht zu schnell. Aber das machen wir gleich fertig. Rampart complete. Sehr schön. Avarice activated. Ja, Payday ist kein Problem. Es gibt keinen Punkt in blocken sie weg, Underlord. Sie senden Zappers, um eine neue Route zu bauen. Und machen deine Türen immer schwerer. Was? Gehen die jetzt hier lang? Es ist Zeit, Underlord. Spreng deinen Ambush. Und entleicht Hell. Achso, hat er mir gerade gesagt, ich soll keine Türen da hinbauen? Oh Mann, habe ich jetzt aber gemacht. Bombard complete. So, jetzt brauchen wir noch ganz viele Ramparts. Da. Komm schon, haut da drauf. Komm schon, haut da drauf. Need a larger vault, sagt er mir. So. Ich werde noch ein bisschen zaubern hier. Ja, ja, ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss auch gleich nochmal Avarice bestellen. Komm schon, haut da drauf. Komm schon, haut da drauf. Komm schon, haut da drauf. Angriff. Was? Das erscheint mir aber gar nicht nett. Oh Mann, haut da drauf. Oh Mann, haut da drauf. Der Bombard ist unter attack. Der Bombard hat been destroyed. Wow, sind die stark. Junge. Komm schon. Feuert mit allem, was ihr habt, ihr Bombards. Zack, wenn der weg ist. So Leute, baut den nächsten, schnell. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, das ist nur eine Welle, oder? Das geht jetzt nicht von Teo, nur ehrlich so weiter. Stell schon mal Avaros. Kommt schon, Leute, lass uns über diese krummlinge Kauvern und breit ein bisschen freshes air für eine Veränderung. Bombard complete. Ihr Bombard ist unter attack. Chandra lost. So. Wo ist jetzt der Weg den die gehen müssen? Hier. Da muss ich doch eine Garrison hinbauen können, oder? Zusätzlich zu meinen Fallen. Gerissen ist das hier. Muss dreimal drei sein. So. Und dann wieder fleißig Bombards hier hin. Das ist kein Problem für ein Cashflow Problem. Zack. Das ist gut. So. Leute. Jetzt fleißig bauen. Oh, ich habe wieder keine Kohle. Ich brauche unbedingt noch einen Everest. Und so. 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 Peitsch mal gegen. Das war's.